Herr, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, alleluia, славa тебе, lieb und lieb. Wir danken dir, dass es dein ». und segne den ganzen heutigen Tag mit deiner göttlichen Gegenwart Herr, so dass du immer in uns lebst wir danken dir dafür Herr, und wir segnen unseren Pastoren dort wo er sich befindet in Halbron, in unserer Tochtergemeinde Herr, so dass dein Schuld über ihm ist und deine Gegenwart dort ist Herr, damit deine Gemeinde damit sie dir treu ist damit die Menschen gefestigt und verwurzelt werden und wir glauben daran, dass du uns heute vorwärts bewegst im Glauben Amen Blagoslovite друг друга, скажi, будь blagosloven segnet einander, dreht euch zu einander und sag, du bist gesegnet die göttliche Entsetzen und sag, du bist gesegnet als hier die Kinder nach vorne gekommen sind als sie kamen und kamen man dachte, man hat kein Ende gesehen und ich verstehe, dass das Herz der Eltern der Großeltern sich daran freute und auf uns liegt eine große Verantwortung als Eltern und genauso wie das auch auf der Gemeinde und genauso wie das auch auf der Gemeinde dass unsere Kinder treu sind bis zum Ende wir sind fast alle von uns haben sich schon als Erwachsene zu Gott gewandt ich habe mich zu Gott gewandt, als ich 22 Jahre alt war und ich verstehe dass meine Kinder gläubig geboren wurden und viele von euch kamen als junge Familien zusammen mit den Kindern bei einigen wurden die Kinder bereits hier geboren und es ist sehr wichtig für uns dieses Erbe an unsere Kinder weiterzugeben damit sie gläubig sind und auch gläubig bleiben damit sie das auch später an unsere Enkel weitergeben wisst ihr, manchmal belügen wir uns selbst denn das ist jetzt eine so interessante Zeit wir wissen ganz genau, dass wenn wir uns zu Gott wenden dass er uns bis zur tausendsten Generation segnet seid ihr einverstanden? aber wisst ihr, dass diese Kette bereits bei uns unterbrochen werden kann und wir haben uns bekehrt aber bei uns kann dieser Segen unterbrochen werden wir können diesen Segen einfach nicht weitergeben an unsere Kinder oder unsere Kinder können das an ihre Kinder nicht weitergeben und lasst uns gemeinsam lesen der aber Gnade erweist an vielen Tausenden die mich lieben und meine Gebote halten hier steht geschrieben dass Gott Gnade erweist zu denen, die ihn lieben und seine Gebote halten noch mal Gott segnet den Menschen, der ihn liebt und seine Gebote hält bis zu tausenden von Generationen еще прочитаем одно место Lass uns noch eine Bibelstelle lesen 2. Mose 34,7 der tausenden Gnade bewahrt und Schuldübertretung und Sünde vergibt aber keineswegs ungeschafft lässt sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied das ist da wo Gott segnet und nur dort Gnade bewahrt über den Menschen die seine Gebote bewahren und ihn lieben und für die Schuld der Väter Heimsucht die Kinder und die Kindeskindern bis an die dritte und vierte Generation stellt euch einmal vor was für eine Verantwortung wir als Eltern tragen damit diese Kette des Segens nicht unterbrochen wird bei uns oder bei unseren Kindern wir müssen es weitergeben an die nächste Generation детям, wнукам den Kindern, den Enkeln und sie geben das an die Ohrengebeweite und nur dann wird dieser Segen bis zu den tausendsten Generationen wirken und wie können wir das erreichen und unsere Predigt heute heißt Treue und Untreue 5. Mose 6 6.7 und diese Worte sollst du dir heute Gebiete sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden wenn du in deinem Haus sitzt und auf dem Weg gehst wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst hier steht hier steht geschrieben schärf es deinen Kindern ein wenn du in deinem Haus wenn ihr zu Hause seid wenn ihr irgendwo hin unterwegs seid wenn ihr irgendwo hinunterweg seid wenn ihr irgendwohin fahrt denn wenn wir als Eltern das nicht tun dann findet sich unbedingt jemand anderes der unsere Kinder von etwas anderem überzeugt dort wo sie unseren Kindern Atheismus einschärfen damit sie nicht an Gott glauben wo sie unseren Kindern die Sexualisierung einprägen es gibt genug Dinge die unseren Kindern eingeschärft werden können aber wir müssen ihnen die Liebe zu Gott einschärfen und wir müssen verstehen es sind nicht ein oder zwei Gespräche es sind Monate es sind Jahre es ist unser ganzes Leben als Familie und als gemeinsames Heil wo wir zusammen daran arbeiten dass unsere Kinder gläubig sind aber es ist sehr wichtig damit wir auch an uns arbeiten dass wir treu sind dem Wort Gottes und auch den Prinzipien Gottes es ist auch sehr wichtig dass wir unseren Kindern die Treue einprägen und lasst uns über Untreue sprechen zuerst und ich habe geschaut was Wikipedia überhaupt über Untreue aussagt hier steht Предательство это нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо Untreue das ist Verpflichtung gegenüber jemandem nicht einzugestehen oder etwas versprochen Неверность это свойство личности нарушать данные обязательства Untreue ist eine Eigenschaft Verpflichtungen zu brechen предавать друзей Freunde zu verraten изменять untreue zu sein also weiteren Sprünchen und Untreue ist ein Synonym für Liste für Verrat und trägt sehr viel Zerstörung in sich Untreue geht der Liste und dem Verrat zuvor und Untreue wird aus dem Egoismus herausgeboren Untreue ist nicht nur keine Lösung des Problems sondern sie ist nicht nur ein Problem sondern auch die Quelle für neue Probleme das heißt wenn der Mensch untreu ist dann folgen immer mehr Probleme in seinem Leben und wir lesen in Hebräer 3.12 3.12 3.12 3.12 Schaut Brüder dass in keinem von euch ein lustiges oder untreues Herz damit ihr nicht vom lebendigen Gott abweicht Interessant als wir uns bekehrt haben und in der baptistischen Gemeinde waren sagte man zu uns wenn du aus der Gemeinde gehst dann bist du auch von Gott weggegangen und wenn ich diese Bibelstelle aber lese Hebräer 3.12 dann steht hier geschrieben so schaut Brüder dass in keinem von euch ein lustiges Herz ist wir müssen auf uns acht geben damit in unserem Herzen keine Lust ist damit keine Untreue in unserem Herz ist denn sogar wenn wir in die Gemeinde gehen sogar wenn wir uns in die Gemeinde befinden wenn wir dann aber ein lustiges und untreues Herz haben dann kann der Mensch sogar in der Gemeinde sich befindet von Gott abfallen und uns sagt man und uns sagt man andere das sind wenn du einmal gerettet bist bist du für immer gerettet wenn hier steht aber wenn du ein böses und ungläubiges Herz hast wirst du von Gott abfallen du wirst von seinen Prinzipien weggehen der Segen endet bei dir du wirst diese Kette in deiner Generation unterbrechen und lasst uns mal die Gründe der Untreue anschauen Punkt Nummer 1 so bleiben wir zuvor ohne jegliche Veränderung das ist 2. Buch Könige Kapitel 17 Ab Vers 38 lesen wir sondern und vergesst nicht den Bund den ich mit euch geschlossen habe und fürchtet nicht andere Götter sondern fürchtet den Herrn euren Gott der wird euch von der Hand aller eure Feinde erretten aber sie gehorchten nicht und handelten nach ihrer früheren Weise so kam es dass diese Völker dem Herrn verehrten und zugleich ihre Götzen dienten auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder machten es so wie es ihre Väter gemacht haben bis zu diesem Tag обратите внимание beachtet diese Völker verehrten den Herrn aber zugleich dienten sie ihren Götzen man kann also an Gott glauben in die Gemeinde gehen und dennoch weiter die Götzen anbieten die Gewohnheiten in denen wir gelebt haben und eben das kann man an seine Enkel und seine Kinder weitergeben Gott sprach zu ihnen betet diese Götzen nicht an aber sie machten den Anschein dass sie Gott verehren aber auch das Alte haben sie nicht gelassen man kann in die Gemeinde kommen aber das Alte nicht lassen dieses Gepäck einfach hinter sich herziehen unser altes Ich muss sterben alles was uns ehemals gefiel wir должны das davon müssen wir ablassen um uns komplett Gott zu widmen und wenn jeder sich selbst prüft ich glaube fest daran dass der Geist des Herrn sich immer an uns wendet und er warnt uns immer und er sagt schau das ist das Alte was dir noch gefällt das ist das Alte wovon du noch nicht ablassen hast und es hindert dich damit dein Herz Gott treu ist du hörst scheinbar du verstehst scheinbar aber von dem Alten willst du nicht ablassen nicht alles Alte ist doch schlecht es steht geschrieben unser Herz soll nicht listisch und nicht unvoll sein wenn der Herr sagt lass ab davon dann musst du davon ablassen und manchmal wollen wir unseren Charakter nicht verändern wir wollen dass unsere Wünsche erfüllt werden und ihr wisst wenn ein Mensch sagt ihr müsst mich akzeptieren so wie ich bin das bin ich das Wort Gottes sagt aber dein Ich soll sterben deine alte Natur dein alter Charakter der soll sterben sonst wird diese unterreue in deinem inneren sitzen fest sitzen второе zweitens кораблекрушение в вере Schiffbruch im Glauben 1. Timotheus 1.19.20 1. Timotheus 1.19.20 Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten zu ihnen gehören Hymenaeus und Alexander die ich dem Satan übergeben habe damit sie gezüchtet werden und nicht mehr lästern посмотрите schaut написано dass es Leute die 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 gute gewissen haben und sie haben einen Schiffbruch im Glauben erlitten das Zeug davon dass sie aufgehört haben erfolgreich zu sein sie haben ihre Errettung verloren ich weiß nicht ob ihr von Menschen schon mal gehört habt wenn ihr denen von Gott erzählt sie sagen ich gehe nicht in die Kirche denn ich habe gläubige Verwandte lieber bleibe ich ungläubig als so ein Gläubiger zu sein haben sie schon mal sowas gehört warum vor ihren Augen sind gläubige Menschen die das gute Gewissen von sich gestoßen haben und sie sind kein Vorbild für andere Menschen das Zeug davon dass in diesem Menschen seinem inneren Untreue ist er ist in seinem alten Ich geblieben dieser Mensch der stößt sogar andere von Gott weg Ich erinnere mich an einen jungen Mann der von seiner Oma erzählte als wir in die Gemeinde gerufen und ihm sagten dass Gott heilt dass Gott befreit und sagte erzählen sie mir keine Märchen meine Oma war schon immer gläubig aber sie so schrecklich Tod gestorben sie hatte solche Schmerzen und wo war denn Gott versteht wenn ein Mensch kein Vorbild für andere Menschen ist in seinem Leben sind gläubige Menschen wie sie leben was tun wie sie handeln sie aber es gibt Menschen die sich gläubig nennen aber für Ungläubige sind sie ein Stolperstein Und genau eben diese Menschen sind untreut. Zeigen sie, dass Gott zu glauben unvergült ist, denn sie leben immer nur das alte Leben, aus dem sie herausgekommen sind. Und das ist schrecklich. Und darin zeigt sich die untreue der Menschen, wo sie in die Gemeinde gehen, aber sich nicht ändern möchten. Sie möchten das alte Leben weiterleben. Und dadurch hindern sie andere Menschen daran, zu Christus zu kommen. Punkt Nummer drei. Liebe zur Welt. Jakob 4.4 In Jakobus 4.4 Wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wir denken, dass die Freundschaft mit der Welt gut ist. Ja, wir müssen mit Menschen befreundet sein. Wir dürfen uns nicht von ihnen absondern. Wir müssen ein Licht sein für sie. Aber das, was die Welt hinter dem Zeitpunkt legt, das müssen wir hassen. Und einige sagen, was für ein Fanatiker bist du denn? Ne bäuchte dieses Wort. Wunikai auf das, was steht in dem Wort Gottes. Vertief dich darin, was im Wort Gottes steht. Die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und in 2 Timotheus 4.10 Denn Thomas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb geworden hat und ist nach Thessalonich gezogen nach Galatien, Titus, nach Dalmatien. Wir denken, dass nur zu unserer Zeit die Menschen die Welt lieben. Aber sogar damals hat Paulus das erlebt. Es steht geschrieben, dass Demas die Welt geliebt hat. Es gibt also Gläubige, die die Welt lieben. Und in sich tragen sie diese Ladung an Untreue. Wir sind manchmal fürchten uns davor, dass unser Kind das schwarze Schaf in der Schule ist. Dass auf ihn mit dem Finger gezeigt wird, weil er zum Vera Forum geht. Fürchtet euch nicht davor. Ich kann mich erinnern an ein Mädchen. Ich leitete damals den Hauskreis vom Lobkreis. Und wir sprachen darüber, dass wir dort von Jesus bezeugen sollen, wo wir uns befinden. Und sie sagte, ich spreche nicht darüber. Und ich fragte sie, warum sprich nicht darüber. Ich möchte das aber lieber mit meinem Leben zeigen, damit sie mich fragen, warum bist du denn so? Aber wisst ihr was? Dieser Moment kam niemals in ihrem Leben. Denn sie fürchtete sich davor, das schwarze Schaf zu sein. Aber ihr Leben aber hat keinen Menschen dazu bewegt, sie überhaupt zu fragen, warum. Denn sie unterschied sich durch nichts von der Welt. Und dieser Mensch hat die Gemeinde verlassen. In ihr gab es keine Treue. Sie fürchtete sich davor, von Jesus zu erzählen. Denn später wird auf sie mit dem Finger gezeigt, dass sie gläubig ist. Sie hat sich einfach nur damit dahinter versteckt. Man kann sich dahinter verstecken. Und sagen, an meinem Leben werden sie es erkennen. Ja, natürlich können sie das an unserem Leben erkennen. Aber wenn sie dir diese Frage nicht stellen, dann zeugt es davon, dass dein Leben der Schrift nicht entspricht. In deinem Inneren gibt es Untreue. Und wisst ihr, dass unsere Kinder von uns dieses Erbe bekommen sollen, das Wort Gottes zu lieben, aber das zu hassen, was die Welt anbietet. Und wisst ihr, manchmal ziehen wir so eine rosa Brille an und schauen auf unsere Kinder, dass sie so süß sind und so niedlich. Ja, sie sind niedlich. Ja, sie sind gesegnet, weil wir gesegnet sind. Aber die Kinder machen manchmal auch Quatsch. Und wenn wir das sehen, wir müssen es auch halten. Wir müssen zuhören, wenn man uns etwas über unsere Kinder sagt. Das Handy zum Beispiel. Das ist ein ständiges Problem. Ein ständiges Problem. Wo die Kinder Gottesdienstleiter sagen, eure Kinder schauen Pornografie. Nein, nein, mein Kind das könnte nicht sein. Alle können. denn alle, sie haben Zugang zum Internet. Und hier wird die Liebe zur Welt überprüft. Gibt es unseren Kindern oder nicht? Oder wir sprechen und schärfen ihnen ein, dass wenn sie das tun, dass deren Herz unterird ist. Und sie verraten damit Gott. Und die Kinder und die grace wird sich nicht ausbreiten. Die werden nicht erfolgreich sein in ihrem Leben. Deshalb müssen wir darauf achten, dass der Segen bis zu tausendsten Generationen weitergeht, dass unsere Kinder die Gebote Gottes lieben, und damit sie nicht in die Welt gehen. Aber um unsere Kinder weiterzugeben, müssen wir selbst es leben. In uns selbst muss die Liebe zu Gott sein. Und wir dürfen nicht das lieben, was in der Welt ist. Und 2. Timotheus 3, 4. 3. Ah, ja. Entschuldigung, ich habe nicht geschrieben, wie es Timotheus 3. 3, 4. Sie sind Verräter und aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und hier in der Übersetzung steht, Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. 2. Timotheus 3, 4. Und wie kannst du dich selbst prüfen? Wenn du die Vergnügen dieser Welt mehr liebst als Gott, das bedeutet, dass du die Welt auch mehr liebst als Gott. Aber wenn du von all diesen Vergnügen hinterlachen kannst, um Christus' Willen, dann hast du ein treues Herz. Dann liebst du diese Welt nicht. Prüfe dich. Prüfe dich. Prüfe dich. Ich weiß, dass die Jugend manchmal Medienfasten macht. Und dort prüfe dich. Und dort prüfst du dich. Naskolke du bist an diese Welt gebunden. Und warum kann ein Mensch die Welt lieben? Das ist ein fleischlicher Zustand. In Römer 8, 7. Weil nämlich das Suchen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirrt sich dem Gesetz Gottes nicht. Und kann es auch nicht. Hier steht geschrieben, dass wenn ein Mensch in diesem fleischlichen Zustand ist, dann kann er das Wort Gottes nicht lieben. Er kann Gott nicht lieben. Er liebt sich. Er liebt die Vergnügen dieser Welt. Und so kannst du dich prüfen. Und ich möchte euch sagen, ein Mensch, der gegen die Autoritäten rebelliert, der befindet sich genauso in diesem fleischlichen Zustand. In ihm ist dieses untreue Herz. Denn es gefällt ihm nur das, was ihm gefällt. Und wenn er dann korrigiert, Und wenn er dann korrigiert wird, dann gefällt es ihm nicht und er fängt an zu rebellieren. Следующее, was kann noch zu der Liebe, zu der Welt führen. Das ist, wenn man nachtragend ist. Erinnert euch an Judas. Warum hat er Christus verraten? Wenn ihr das aufmerksam lest, er hat Christus erst danach verraten, als die Frau Christus die Füße gewaschen hat mit diesem kostbaren Öl, Alabasteröl. Er konnte das Jesus nicht vergeben. Wenn ein Mensch also nachtragend ist, er erinnert sich an jede einzelne Beleidigung. Er erinnert sich an jedes einzelne Wort, das ihm gesagt wurde. Bei diesem Menschen ist untreue im Herzen. Dieser Mensch wird ständig verraten. Er wird immer beleidigt sein auf Autoritäten. Er wird beleidigt sein auf Menschen in der Gemeinde. Er wird sogar auf Gott beleidigt sein. Dass es ihm nicht so gelingt wie anderen. Und das führt davon, dass der Mensch ein untreues Herz hat. Und deshalb müssen wir uns prüfen, wie Jesus in Johannes 15, 9 sagt. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihr lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ist es wichtig für dich, dass man gut von dir spricht? Natürlich, wenn du ein Dieb bist, wenn du belügst, da wird über dich schlecht gesprochen. Aber wenn du Christus angehörst, dann bist du ein Licht. Du trägst das Licht weiter. Und die Menschen werden es sehen. Und die Welt ist eine Finsternis, und sie hasst das Licht. Und sie werden dich immer fassen. Sie werden dir immer Vorwürfe machen. Aber dich soll es nicht verwirren. Du sollst dich nicht verwirren. Ich bin ein Licht für diese Welt. Amen. Und fürchte dich nicht davor, dass jemand dich damit beschimpfen möchte, dass du von Vera kommst. Fürchtet euch nicht davor, wenn man über eure Kinder darüber spricht, dass sie die Vera-Kinder sind. Freut euch darüber. Fürchtet euch nicht davor. Weil Jesus sagte, die Welt wird euch hassen. Denn Jesus hat euch erwählt. Ein Mensch, der sich fürchtet, dass er irgendwo abgelehnt wird. In der Schule, bei der Arbeit. Das zeugt nämlich davon, dass er die Welt noch liebt hat. Und jederzeit kann er Christus verraten und auch die Gemeinde. Und ich denke, jeder von uns möchte, dass wir in seinem Inneren ein treues Herz haben. Damit wir treu sind. Und wie können wir daran verbleiben? Was müssen wir in uns verändern? Das, was über die Treue ausgesagt wird. Werbung bedeutet Beständigkeit und dass man seine Gefühle in den Beziehungen nicht verändert und auch wenn man Aufgaben erfüllt und Verpflichtungen. Nichts soll sich dahingehend beeinflussen, dass du den Prinzipien Gottes verhältst. Du musst treu dem bleiben, was du Gott versprochen hast. Du musst dem treu bleiben, dass du das Wort Gottes erfüllst. Du musst dem treu bleiben, dass du die Gebote Gottes erfüllst. Über Jesus steht immer geschrieben, dass er wahrhaftig, aufrichtig und treu ist. Er ist wahrhaftig, aufrichtig und treu. Und wenn Gott das sagt, dann verspricht er das auch. Und er verändert sich nicht. Und wenn er sagt, ich werde die Liebenden segnen und die, die meine Gebote erfüllen, dann wird er so sein. Denn er ist treu. Und wir müssen bei unserem Herrn treu lernen. Wir müssen treu bleiben ihm und seinen Prinzipien. Und Punkt Nummer eins. Sei treu im Dienst. Philipp 2, 20. In Philippa 2, 20. Bis 22. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ehre, nicht das, was Christi Jesu ist. Und er ist wie ein Kind dem Vater mit mir gedient und hat gedient im Evangelium. Schaut mal, wie Apostel Paulus über Timotheus spricht. Dass er wie ein Treuer mit mir gedient hat. Wie ein Kind dem Vater. Und die ganze Gemeinde weiß darüber. Bude верным in dem служen, das dir gewinnt haben. Auch wenn es ein kleines служen ist. Sei treu in dem Dienst, das dir anvertraut wurde, sogar wenn es ein kleiner Dienst ist. Wenn du einen Mensch um etwas bittest, dass er etwas tut, es ist ein Dienst. Oder er hat eine Verantwortung und man sagt ihm, tu das. Und er findet tausende von Ausreden, um das nicht zu machen. Er findet tausende Gründe, um es nicht zu tun. Und mit solchen Menschen möchte keiner arbeiten. Wie oft wir nach Menschen suchen, damit diese Aufgabe getan wird. Und man bittet dann, lass uns doch den nehmen. Nein, 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 mit dem möchte ich nicht. Denn der kann dich immer im Stich lassen. Aber ein treuer Mensch, der diese Treue in sich trägt, er wird immer treu darin sein, was ihm anvertraut wurde. Und manchmal gefällt es den Menschen nicht, dass sie einen Ruf eines Untreuen haben. Warum hat man mich abgestempelt als ein Untreuen? Denn man hat sich einmal gebeten, man hat sich ein zweites Mal gebeten und ein drittes Mal. Und ein viertes Mal wird niemand dich etwas bitten. Und niemand wird zu so einem Menschen gehen. Denn sie wissen, er kann einen im Stich lassen. Und bei Timotheus wird gesagt, dass die ganze Gemeinde weiß, dass er treu ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir treu im Dienst sind und daran, was wir tun. Dass wir die Aufgaben zu Ende führen. Dass wir einen Ruf eines treuen Menschen haben. Deshalb müssen wir treu sein in dem Dienst, der uns anvertraut wurde. Amen. Suche keine Gründe, um etwas nicht zu tun, sondern suche die Möglichkeit, zu helfen. Ich möchte Ihnen sagen, dass in der Zirkung immer eine Plattform um zu prüfen, ob man treu ist. Jetzt ist es der Bau. Jetzt ist es der Bau. Sascha Krebs hat heute davon erzählt, dass die Männer die Entscheidung getroffen haben, nicht zum Bau zu kommen mehr. Und er sagt, wir brauchen Spezialisten. Und ich frage ihn unter der Woche, wie war es? Und er sagt, es wäre natürlich besser, wenn zumindest alle Elektriker kommen würden. Und ich verstehe, dass es davon zeigt, dass Menschen Talente haben, und gaben, aber sie sind nicht treu in dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Und im Prinzip betrübt uns das nicht. Wisst ihr warum? Denn als wir die baptistische Gemeinde in Russland gebaut haben, hatten wir 150, 200 Menschen in der Gemeinde. Und ich glaube, das waren so 30 oder bis 60 Männer. Und wisst ihr, wie viele die Gemeinde gebaut haben tatsächlich? Sechs. Sechs. Und unter den sechs war mein Mann, war der Pastor und der Bruder des Pastors und noch ein Bruder von denen. Und das ist also nicht neu. Ihr wisst, dass einige Pastoren sich davor fürchten, eine Gemeinde zu bauen, denn einige Menschen, sie verschwinden aus der Gemeinde während der Bauzeit. Und wenn alles zu Ende gebaut ist, sie kehren sie zurück. Denn währenddessen muss man Opfer nicht nur Finanzen, sondern auch die eigene Zeit. Denn du opferst auch die Finanzen, um immer zu der Baustelle zu fahren, hin und zurück. Und heute wurde bekannt gegeben, dass am 27. Oktober die Eröffnung geplant ist. Aber wisst ihr, dass es auch nicht stattfinden könnte? Es könnte auch nicht stattfinden. Denn es hängt von uns ab. Inwieweit sind wir treu, Gott? Inwieweit unseren Geschwistern treu, um dabei zu helfen, dieses Gebäude zu Ende zu bauen? Ach, ohne mich wird das zu Ende gebaut. Ich erinnere mich, dass ein junger Mann, wie ich mich erinnere, hat während des Baus geheiratet. Und ein Jahr lang ist er nicht zum Bau dann gegangen, solange man gebaut hat. Er sagt, ich bin im Urlaub. Und du kannst ihm sagen, was auch immer du willst. Ihm war es egal. Er war einfach im Urlaub. Und guten Gewissens konnte er kommen, dir in die Augen schauen. Und es gab einen anderen Mann. Er hat diese Gerüste aufgestellt. Er war ein Ingenieur. Und er hatte aber diese Gerüste, die aufgehangen werden. Und wenn die Brüder dann auf diesen Gerüsten standen, dann schaukelten die so hin und her. Und sie fürchten sich, davor runterzufahren. Und sie sagt, nein, wir bauen andere Gerüste auf. Und dieser Mann hat für vier Monate die Gemeinde verlassen. Denn man hat seinen rationalen Vorschlag nicht angenommen. Und diese sechs Männer, die keine Spezialisten waren, sie haben diese Gemeinde dann zu Ende gebaut und die Eröffnung fand statt. Aber wir möchten, dass in unserer Gemeinde wir верnete Menschen, werne Menschen, die dem Dienst treu sind, der ihnen antwortet wurde. Natürlich werden wir zu Ende bauen. Natürlich wird das alles passieren. Aber den Lohn werden diejenigen empfangen, die bis zu Ende gefunden sind. Deshalb sei treu. Gostepreimstwo. 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 Und man denkt, warum Gostepreimstwo? Was hat das damit zu tun? 3. Eanna 1.3 steht. Und in 3. Johannes 1.3 steht. Ibo ja весьma abrattulse, kada пришli bratia i zasvidetelstvoli o tvoiei wernosti, kak ty hodisch w istinie. Denn ich freute mich sehr, als Bruder kam und von der Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Und 4. 5. Stich. Для меня нет большей радости, kak slyschat, kak slyschat, kak ty verny postupajsch tom, kak ty delaish dla bratiav i dla stranikov. In Verse 4. 5. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten. Вы знаете, kak da wy открываете dveri swego doma, wisst ihr, wenn ihr die Türen eures Zuhauses öffnet und Menschen zu euch nach Hause einladet, wo ihr auch eure Türen öffnet, wenn Menschen aus anderen Gemeinden kommen, bei euch übernachten. Das ist auch mit Treue verbunden. Und das ist auch allen bekannt. Diese Menschen sind treu, sie sind gastfreundlich und alle werden es wissen. Und man wird sich immer an dich wenden. Und manchmal wirst du sagen, warum denn immer ich? Warum kann man nicht jemand anderen bitten? Radej się, freu dich, denn du stehst auf der Liste der Treuen, die gut ist tun für ihre Brüder und Schwestern, wenn man die Türen seines Zuhauses öffnet. Amen. Treti punkt. Punkt nummer drei. Ne открывaj тайne других людей. Öffne nicht die Geheimnisse anderer Menschen. Pritze 11.13. Das ist Sprüche 11.12. Кто ходit переносчиком, тот открывает тайne, но верный человек tait дело. Pritze 11.13. Кто ходit переносчиком, тот открывает тайne, но верный человек taит дело. Ein umhergehender Verleumna plautet Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Вы знаете, что верный человек никогда nie будет negativно говорить о другом человеке. Wisst ihr, ein treuer Mensch wird niemals negativ sprechen über einen anderen Menschen. Даже wenn er seine Schwächen und Vorteile kennt. Verный всегда taит дело. Ein treuer Mensch hält das immer geheim. Das heißt nicht, dass du deine Augen verschließt, wenn der andere sündigt. Ich spreche jetzt über die Eigenschaften des Charakters eines Menschen. Wenn er dir geöffnet hat als Freund. Wer ein treuer Mensch wird niemals über einen anderen lästern. Aber dieser Verleumna wird das immer Ein untreuer Mensch wird immer diese Eigenschaft haben. Ein treuer Mensch wird niemals schlecht über einen anderen reden. Er wird immer helfen dem anderen aus dieser Situation heraus zu kommen. Und Sprüche 22.1 steht ein guter Name ist wertvoller als großer Reichstück. Und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. nicht haben diesen Stempel auf dir dass du ein Verleumder bist sondern haben ein gutes Namen zu haben dass du ein treuer Mensch bist und dass du nicht verrätst deine Freunde du verrätst deine Gemeinde nicht. der nächste Punkt du brauchst Weisheit um treu zu sein. Sprüche 10.8 Wer ein weises Herz hat nimmt Gebote an aber ein Narren Mund kommt zu Fall. Schaut wer ein weises Herz hat der nimmt Gebote an wer ein weises Herz hat dieser Mensch liest das Wort und nimmt es für sich an jeden Sonntag wird man zur Bekehrung aufgerufen und ich nehme das auch für mich an jedes Wort ich prüfe mich es berührt mich wenn ein Mensch aufhört das Wort Gottes zu empfangen anzunehmen dann ist er so verknorpelt und er ist nicht fähig dazu das Wort anzunehmen aber ein treuer Mensch wird immer die Gebote Gottes annehmen ein weiser Mensch wird niemals die Ermahnung von sich stoßen wir fürchten uns so sehr davor dass wir in irgendetwas ermahnt werden wir fürchten uns so sehr davor dass man etwas über unsere Kinder sagt freu dich wenn du ermahnt wirst freu dich das ist gut das bedeutet Gott liebt dich und du wirst treu bleiben wenn du die Ermahnung an das ist Hilfe für dich und der letzte Punkt liebe die Gebote Gottes und Psalm 127 128 bis 128 Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Gebote, alle deine Befehle in allem zu Recht und hasse jeden Pfad der Lüge. Alles, was Gott sagt, alles, was im Wort Gottes steht, liebe es, nimm es an, nimm die Ermahnung an, nimm die Ermahnung von Gott an, wenn du die Bibel liest, nimm es für dich selbst an, prüfe dich, damit du kein lustiges und untreues Herz hast, aber dass du dich immer bemühst, treu zu bleiben, ihm treu zu sein, seinen Geboten treu zu sein. Und wenn du treu bleibst, wirst du es auch schaffen, das an deine Kinder weiterzugehen. Und der Segen endet nicht bei dir oder deinen Kindern. Das, was Gott gesagt hat, wird er erfüllen. Du wirst gesegnet, deine Kinder, deine Enkel, deine Urenkel. Und dieses Wort wird sich erfüllen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich denke, dass niemand von uns ein Verräter sein möchte. Ich denke, dass niemand untreuer sein möchte oder ein untreues Herz haben möchte. Ich denke, dass jeder denkt, dass er bis zum Ende kommen möchte. Ich möchte, dass meine Kinder blагословлены. Ich möchte, dass meine Kinder gesegnet sind. Ich möchte dir treu sein, Herr. Und das ist sehr wichtig, dass es in unserem Inneren ist, dass wir uns bemühen, ein treues Herz zu haben. Damit wir einen treuen Charakter haben. Amen. Lasst uns unsere Augen schließen. Otec Nibesnay, Himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt, berühre jeden von uns, damit dein Wort Gottes in uns hineinkommt. Herr, damit wir dir treu sind und deinen Geboten treu sind. Herr, und ich bitte dich, damit jegliche Untreue, die irgendwo in der Welt dass sie jetzt weicht. Lasst uns gemeinsam sagen, Otec Nibesnay, im Namen Jesu Christi, ich sage mich los von Untreue. Ich sage mich los vom untreuen Benehmen in meinem Leben. Und ich möchte ein treues Herz haben, um nicht von dir zu weichen. Ich möchte deine Gebote erfüllen. Ich möchte dich von meinem ganzen Herzen lieben. Ich möchte deinem Wort treu sein. Ich möchte es an meine Kinder weitergeben. diese Liebe zu deinen Geboten. Herr, ich bitte dich, ich möchte, dass dein Charakter, dein Wesen, in mir ist. Ich möchte treu sein. Ich möchte treu sein. Ich möchte, dass mein Zuhause dir treu ist. Und egal, was wir tun, woher auch immer wir gehen, dass wir dich lieben, dass wir deine Gebote lieben, und dass wir dir treu bleiben. Und damit der Segen Gottes nicht in unserem Zuhause endet. Und damit der Segen Gottes nicht in unserer Generation endet. Herr, ich bitte dich, segne uns alle jetzt. Möge deine Treue jetzt kommen. Und jegliche Untreue soll verlassen, soll weichen. Sie soll von uns weichen. Herr, möge der Geist der Treue kommen. Geist der Treue soll kommen, damit wir dir deinem Wort treu sind. Herr, rühre ihn jetzt. Rühre ihn jetzt. Und ich möchte, dass wir das letzte Lied, was wir gesungen haben, nochmal singen. Dass wir es in unser inneres Feld damit wir es schätzen. Lass uns das nochmal singen. 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 Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber will, als unter deine starken Vögel fährt. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber will, mein starker Rennstein glaub ich so zu sehen. Einen schönen Tag, an dem ich lieber will, mein starker Rennstein glaube ich so zu sehen. In deiner Nähe fühle ich ein. 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 Amen.